hallo und herzlich willkommen zu diesem live stream ich frage mich eigentlich wann genau das update kommt und wir ziehen uns einfach mal schön passt so ich muss sehr viel geld weil ich mache ein horse riding test musik wieder und da brauche viel geld weil das wird halt so und alles ich gehe mal schnell aufschluss und da kann ich eure fragen beantworten so wenn ihr jetzt fragen habt könnt ihr es jetzt schreiben weil jetzt bin ich halt in den so ja ich mache jetzt sofort ein raum auch ich grüße euch alle hobby ich bin den jetzt einfach wie mein name wieder so jetzt habe ich raum gemacht das freut mich wenn ihr alle kommt so kann ich dann auch kurz noch mal gucken genau es kommt auch neues outfit habe ich meine community gepostet das stimmt ich war wirklich lange nicht ich bin live okay weil ich mache ja zurzeit jetzt im wild kraft geschichte und dauert irgendwie so lange ich freue mich auch was da schief gelaufen ist okay ich mache multiplayer kommt ihr alle mit mir gold so silver können wir dann nochmal machen Also Alicia ist da, grüßt sich. Lucy Wolf grüßt sich. Oh, hoi. So, jetzt sind sechs Leute drin. Hoppy Galaxy. Der Name des Rums ist LunaClaw2995. Hayley, Klinimum, Sky. Ich höre es. Hört grüßt sich. Okay. Ja, Hayley ist ziemlich gut, muss ich sagen. So. Ich höre es. Undね. Vielen Dank. 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 So cool. Vielen Dank. Also das muss ich sagen, ist hier echt perfekt. Einmal aufgestellt bist du, das geht nicht mehr. Also wer ist hier alles zum grüßen? Einmal. Alicia ist da. So. 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 So, jetzt machen wir noch silver. So. 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 also koko roya so ist es ist wie viel die flame und klein weiß die grüßen wir jetzt. Und? Keiner zweiter. Es geht. Äh, das weiß ich eigentlich noch nicht, wie lange das Stühlen geht. Bei mir steht da nix. Nix. Und? Und? Jetzt haben wir bis... Ja, wenn nicht länger. Ja. Mach mal einfach, wenn nicht länger. So. Okay. Und jetzt halt einfach noch mal Silve. Ja, dann habe ich das auch schon mal ausverbraucht. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So. Was kostet du Geld? Ah. Okay. Banables Block. Was gibt's denn? Dankeschön. Äh, Lunar Cloud 2995. Also genau wie mein Name mache ich immer. Oh, ich bin weggekommen. Ist hier mein... Oh, da ist sogar mein Raum. Ich würde sagen, Perfekto. So, ich bin wieder im Raum. Wenn ich mich nicht irre. So, jetzt muss ich viel farmen, im Endeffekt. Und noch viele Orbs mir holen. Ja, ich bin im Raum. Milly, ich grüße dich auch noch. Du bist wieder da. Alicia ist auch hier. Mandy, Sarah. Hab ich glaube auch noch nicht gegrüßt. Genau. Ja. Also. Ich werde halt auch da noch mehrere Musikvideos machen von Horst Riding Tales. Bei diesen Dressur sind halt nur, bin halt nur ich, im Endeffekt. Aber danach kommt dann Musikvideos nur mit euch. Also das sind im Endeffekt mal alle dabei. Und ich werde ein Livestream machen, wenn das beide Updates kommen. Oh, süß. Ja, also ich war halt vorhin echt nicht aktiv. Und ich weiß nicht. Magisch.